ja für alle die mich noch nicht kennen möchte ich mich vorstellen dr christian neuburg ich bin allgemeinmedizin in st florian berlinz oberösterreich arbeite schon sehr lange mit heilkräutern phytotherapie mit frei atmen das sind spezielle atemtechniken und mit klassischer homöopathie grundsätzlich der philosophie für mich ist es immer wichtig die in der natur vorgegebenen rezepturen zum beispiel in form von naturpflanzen extrakten genauso zu übernehmen wie die natur das mit ihren pflanzen vorgibt und soweit es die naturgraft betrifft die uns alle umgibt in der umgebung in der natur im universum auch von dort immer wieder darauf zu achten welche heilmöglichkeiten gibt es dort die man möglichst angelehnt an die naturkraft übernehmen kann und auch so zur anwendung bringt und das ist immer aus erfahrung was lange erfahrung jetzt schon nachhaltig immer das beste für den menschen für seine gesundheit und auch seine heilung die erste wichtige eintrittsebene in den körper für solche heilvorgänge ist einmal das organsystem des menschen mit den verschiedenen organen mit nieren leber lymphe hormonsystem etc und dieses organsystem hat eine energetische funktion das heißt die organe arbeiten entwende in der gesunden mitte das ist gut das möchten wir es können aber auch übersteigert sein überreizt sein es kann auch geschwächt sein ja und beide abweichungen in beide richtungen können symptome erzeugen befindlichkeitsstörungen und wenn die länger bestehen dann können daraus auch psychosomatisch oder später auch organische krankheiten entstehen das heißt mein ziel ist immer auf der ersten organischen ebene ursachen ebene sozusagen dass ich hier wieder näher in die gesunde mitte komme und diese funktion ist eine energetische das heißt das kann ich im labor bei blutuntersuchungen oder anderen schulmedizinischen untersuchungsmethoden nicht feststellen das heißt wenn ich in diesem stadium bin und das sind sehr viele menschen dann kann ich hier keine zu keiner klaren diagnose kommen obwohl ich vielleicht schon symptome befindlichkeitsstörungen habe und das ist glaube ich so wichtig dass man schon in der phase selber aktiv werden kann dass man da schon maßnahmen setzen kann um die organe zu unterstützen einerseits dass die symptome besser während befindlichkeitsstörungen aber auch dass ich einer krankheit vorbeugen kann dass die später gar nicht kommen muss das heißt das wäre dann wirklich eine echte prävention das hat der heutige vortrag geht über muskeln gelenke bewegungsapparat also im wesentlichen im wesentlichen geht es um bewegung bewegung ist ein zauberwort dass man zwar ununterbrochen und überall hört man soll sich bewegen man soll irgendwas machen um gesund zu bleiben aber das ist das sehr einseitige sicht für mich ist immer wichtig bewegung auf allen ebenen anzuregen also nicht nur auf der sportlichen körperlichen ebene sondern natürlich auch im gefühls bereich im mentalbereich und letztendlich auch im seelenbereich wenn diese alle diese ebenen auch angesprochen werden dass die mehr in bewegung kommen dann habe ich eine nachhaltige eine vollständige eine ganzheitliche bewegung und nur das kann wirklich ganzheitliche gesundheit erzeugen denn wenn ein mensch zum beispiel sehr sportlich ist dann ist es natürlich besser wie wenn er nicht sportlich ist ganz klar gibt es auch viele studien darüber aber wenn er zum beispiel gefühlsmäßiger start ist oder mental oder seelischer start ist dann kann er trotzdem auch störungen bekommen oder sogar krank werden wenn er nur diese eine ebene zur bewegung hat das ist wichtig zu verstehen dass auch die anderen ebenen wichtig sind und vor allem dass die anderen ebenen auch die tieferen ursachen sind warum störungen entstehen ja wir schauen uns eben diese beweglichkeit an was heißt beweglichkeit was brauche ich dass ich beweglich sein kann wie ich welche strukturen im körper müssen in bewegung bleiben um gesund zu bleiben die beweglichkeit ist immer das zauberwort in allen körperteilen auf allen schichten dass wir gesundheit erhalten oder wieder erlangen können das ist ganz wichtig wenn irgendwas aus der bewegung heraus fällt dann gibt es störung und später eine krankheit das ist immer ein gesetz und wiederholt sich immer wieder das heißt wir müssen in bewegung bleiben wir müssen die bewegung beachten das beste beispiel ist ein säugling am lebensanfang wenn man den beobachtet der ist ununterbrochen in bewegung sogar im schlaf bewegen sich alle muskelgruppen die mimik ununterbrochen die lippen der atem wechselt ununterbrochen das heißt es ist ein lebendiges ding das ständig in bewegung geht einatmet ausatmet und so einfach immer dafür sorgt dass alles in bewegung ist alle strukturen alle organe und so können sie am besten arbeiten und so kann auch der stoffwechsel gut ablaufen ganz einfache erklärung aus der physik auch ganz klar wenn man materie teilchen immer kleinere teile zerteilt das wisst ihr alle bleiben im endeffekt der atome elektronen noch kleinere teile über im atomkern gibt es noch kleinere teile es werden immer neue teile entdeckt und die haben eine eigenschaft die sind immer in extremer bewegung ja das ist eine unglaublich schnelle bewegung die auch die die immer machen ja das heißt alles ist in bewegung wenn ich zum beispiel jetzt der blut abnehme und ich schaue mir das an im mikroskop und das ist immer ein lebendiges blut das wird nicht vorher mit irgendwas abgetötet dann sieht man wie die roten blutkörperchen und alle zählen sich ununterbrochen in einem raschen pulsieren ständig bewegen also die drehen sich sogar ganz schnell und die zwängen sich irgendwo durch verformen sich also das sind alles organismen die extremst in bewegung sind und wenn zum beispiel solche blutkörperchen verspannt werden wären ja dann würden wir sofort lauter gefäß verstopfungen haben und das haben wir auch schon als nebenwirkung zum beispiel von corona ist das auch schon erforscht worden dass es wirklich so ist dass ihm die blutkörperchen weniger beweglich sind dadurch nicht mehr so gut durch die feinen gefäße durchkommen und einfach stecken bleiben und so ihm auch verstopfungen machen das ist nur ein beispiel aber wesentlich ist wenn man ganz einfach was wir angreifen können sehen spüren riechen alles was wir wahrnehmen können mit den sinnen alles materielle ist in der feinsten bereich in extrem schneller rasanter pulsieren der bewegung und das unterbrochen und das ist im ganzen universum so das kann der unbelebteste stein wüsten planet sein auch der ist in seinen kleinsten teilen in ständiger bewegung und dadurch natürlich auch lebendig das heißt diese lebendigkeit ist ja nicht beschränkt auf lebende organismen und da ist es wichtig zu verstehen dass man energetische gesetze wirklich sehr vereinfacht das ist gar nicht so kompliziert und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen die naturkraft die naturkraft ist eine basiskraft die ja auch von der modernen physik immer mehr sozusagen errechnet wird man weiß nicht wie wo ist die eigentlich und kann man die nützen man bräuchte natürliche technik dass das wir die zur energiegewinnung nützen können dann hätten wir ja überhaupt kein energieproblem wäre das wird sich in der zukunft irgendwann möglich sein aber wesentlich ist diese kraft ist einfach da und wenn die kraft in den organismus eintritt dann wird sie zur lebendigen kraft es ist ja dieselbe kraft in uns und draußen ist eigentlich dieselbe basis kraft diese grund energie die da ist ja und wenn die in körper eintritt dann match die oder vermischt sie sich zum beispiel mit unserer seelischen ebene die seele ist ja nicht irgendein spinnweben gespinst dass da irgendwo umhängt oder das hat das ist ganz reales energetische ebene im körper die auch in kontakt ist mit dieser naturkraft in der umgebung und im körper nennen wir diese naturkraft ganz einfach lebendige kraft ja und die kraft die hat ganz klare gesetze ja ich habe solche tiefatem sitzungen wo wir das frei atmen da wo wir so einfache übungen vom freiatmen jetzt auch auf youtube schrittweise immer mehr veröffentlichen da kann man auch gleich mitmachen da gibt es eine basis übung vom freiatmen das ist eine vertiefte form die hier bei uns und in gruppen in kleingruppen auch in einer intensiveren form durchgeführt wird wo man auch stärkere atemtechniken verwendet und durch diese arbeit wird diese kraft extrem stark in bewegung gesetzt und dadurch mit dem atem kann man tatsächlich diese kraft ganz klar wahrnehmen auch wie sich die bewegt wie die strömt man lernt auch wahrzunehmen wo sie nicht strömt und das ist eben ganz wichtig dass man überhaupt diese sensibilität entwickelt dass wir wahrnehmen können wann wird denn die bewegung in meinem körper weniger was passiert denn da mit mir wie verändert sich meine stimmung meine energielage ich bekomme alle möglichen symptome und weiß nicht was mit mir los ist ja wir haben jetzt auch so ein phänomen wo viele menschen aus unerklärlichen gründen oft und die müssen gar kein größeres problem haben plötzlich in eine stärkere sensibilitätsphase eintreten das heißt die spüren plötzlich mehr sachen können damit gar nicht umgehen und gehen dann oft auch in so angststörungen oder panikattacken hinein weil sie mit dem gar nicht umgehen können das ist momentan so ein phänomen dass viele menschen haben das sind die angststörungen explosiv zunehmen und wenn wir die dann anschauen dann sieht man ja das ist ja eigentlich nur das ventil weil der das noch nicht kann dass es stärkere bewegung der lebenden kraft in seinem körper erstens mal wahrnehmen zweitens mal auch er die bewegung gibt ja wenn gefühle da sind dass ich die spüre dass ich die zum ausdruck bringen also dass ich da einfach sagt ja okay ich lasse das zu das positive daran ist ich werde leichter gesund die heilungen von krankheiten werden extrem unterstützt es geht mir besser ich habe bessere stimmungen ja und es hat eigentlich nur positive auswirkungen aber es ist schon eine gewisse umstellung sich daran sozusagen zu gewöhnen ja also diese lebendige kraft im körper ist eigentlich der grund für alle stoffwechsel vorgänge für alle chemischen abläufe für den gesamten stoffwechsel dass alles im körper funktioniert und damit lebendige kraft ausreichend aufgenommen werden kann in den körper das geht auch übers essen direkt über der haut aber der hauptaufnahme organ ist natürlich die lunge und der atem also der atem ist eine ganz wesentliche sache und wir haben über den atem ein wunderbares instrument wo wir ein teil bewusst und ein teil unbewusst haben wenn ich nichts macht dann läuft mein atem weiter oder wenn ich schlafe oder bewusstlos bin atme ich trotzdem weiter sonst würde ich sterben aber wenn ich bewusst bin kann ich diesen atem lenken ich kann verändern und über dieses bewusste beeinflussen des atems kann ich auch unbewusste organe unwillkürliche organe und innere teile vom körper beeinflussen oder in bewegung bringen und immer mehr von meinem körper sozusagen bewusst spüren der bis dahin unbewusst war und das gibt mir immer mehr selbstverantwortung zurück dass ich immer mehr machen kann immer mehr ideen auch habe das müssen jetzt gar keine großartigen medizinischen oder therapeutischen ideen sein aber einfach im alltag entwickle ich eine andere intelligenz wie ich mein wohlbefinden rasch wiederherstellen kann wie verhalte ich mich in konfliktsituationen was mache ich wenn gefühle bei mir auftreten und die sind aufgestaut und wie gehe ich mit dem ganzen sachen um ja und das sieht man dass von diesen strategien oder tools wie eigentlich in der erziehung relativ wenig bis gar nichts lernen ja das ist jetzt kein vorwurf an unsere eltern das war früher nicht so ein thema aber in der heutigen zeit wird das zunehmend ein thema dass wir mit unserem eigenen körper mit diesem wundervollen instrument das leben lernen mit dem besser umzugehen denn zu erforschen das ist eine extrem aufregende reise und hat nur vorteile und langfristig natürlich auch die beste garantie dass man gesund bleibt wichtiges gesetz von der lebenden kraft diesmal sie muss sich bewegen können ja diese innewohnende dieser innewohnenden drang in dieser kraft dass sich die immer bewegen kann das ist ein absolutes grundgesetz die würde sich nie ganz ruhig verhalten ja und wenn menschen manche unter euch wären sicher schon erlebt haben dass die vielleicht in einer schönen meditation oder in irgendeiner speziellen situation einfach ganz tiefe ruhe erlebt haben und extrem tiefe ruhe heißt ja nicht dass da alles still steht im gegenteil diese tiefe ruhe die kann ja extrem aktiv prickelnd aufregend sein da sieht man es ist zwar alles ruhig aber es bewegt sich trotzdem bewegen sich teile in meinem in meinem körper trotzdem weil die ja lebendig sind und die sind dann in einer besonderen weise zu genießen also sie muss sich bewegen können und bestes beispiel das säugling ja wilde tiere wenn man die beobachtet den haustieren die kriegen oft dieselben probleme wie die menschen weil die natürlich in einem unnatürlichen rahmen meistens leben müssen sich auch nicht mehr ideal ernähren und dann oft ganz ähnliche krankheiten kriegen wie die menschen auch aber dann der stoffwechsel alles funktioniert perfekt und wenn sich die lebendige kraft ausreichend bewegen kann dann bist du auch im flow flow das ist so ein ausdruck der besagt eigentlich nur dass ich mache irgendwas und es funktioniert eigentlich es ist nicht anstrengend es ist auch erfolgreich ich habe ich kann damit alles machen was ich will das ist das sprichwörtliche glück es gelingt mir alles es läuft alles besser ab die menschen reagieren auf mich anders das ist so dieser typische flow und ich habe euch in mir ein gutes gefühl ich habe viele lusthormone und ich kann das auch immer wieder herholen und diese das zu erlernen für speziell im alltag das ist glaube ich ganz wichtige sache und da kann man mit atemtechniken wirklich super unterstützen ja und wir müssen uns natürlich auch beschäftigen mit diesem rahmen in dem sich die lebendige kraft bewegen kann denn ich brauche einen körper ich brauche gewebe ich brauche fleisch ich brauche zellen damit ich die überhaupt wahrnehmen kann ja und damit ich lebendig werden kann denn bewusstsein entwickle brauche ich ganz klar und meinen körper damit die sich das alles abspielen kann und da geht es ganz konkret um strukturen da geht es um muskulatur da geht es um sehnen da geht es um faszien und knochen und knochen fugen und natürlich auch um alle organsysteme aber diese strukturgewebe der bewegungsapparat ganz einfach einmal gesagt er ist da extrem wichtig dieses diese rüstung dieses gerüst dass das möglichst beweglich ist damit die lebendige kraft sich auch hier durch bewegen kann und dadurch meine gesundheit erhält und ich selber beweglich bleibe ja es ist auch immer wichtiger je älter man wird dass man immer achtet beweglich zu bleiben und dann kannst du auch gesund bleiben bis zum ende des lebens das ist durchaus eine vision die nicht utopisch ist man muss natürlich auch dafür was tun und kontinuierlich immer wieder an dem arbeiten ja und die lebendige kraft macht es dass sie sozusagen so wie wir uns die atome vorstellen können wir uns die zellen im körper vorstellen das sind so ganz kleine einheiten und die wenn die lebendige kraft zwischen den zellen durchfährt sozusagen in diesem zwischen zeltraum dann fangen die stärker zum vibrieren an wir haben ja auch gesagt die roten blutkörperchen bewegen sich ganz rasch wenn man die anschaut das ist wirklich sehr aufregend und überraschend die halten sich nicht einfach ruhig und die zellen vibrieren stärker wenn die zellen stärker vibrieren kann ich mir ganz gut vorstellen da wird meine leber einfach besser arbeiten wenn ihre zellen höher vibrieren wie wenn die langsam vibrieren wie wenn die gelähmt sind wenn die weniger machen dann gibt es irgendwelche probleme weil die leber dann höchstwahrscheinlich ihre funktion nicht hundertprozentig verrichten kann und der energetischen funktion weniger arbeiten kann es könnte auch sein dass sie sich entzündet dann gibt es eine überreizung aber immer ist es ein pegel der funktion der der zellen von diesem organ wenn sich mehr bewegt dann passiert auch im gehirn etwas anderes ich produziere mehr lusthormone und es geht mir ganz einfach besser ich fühle mich lebendiger energetisch unternehmungs lustig und dann stellen sich automatisch positivere gedanken das ist ganz klar wenn ich immer zu wenig energie habe den ganzen tag dann kann ich nicht immer positiv denken das ist eigentlich unmöglich und auch wenn es um heilungen geht also das ist so die erfahrung wenn sich die lebendige kraft im körper stärker bewegen kann dann ist das die grundlage dafür dass heilungen leichter stattfinden können und natürlich dass der körper auch gesund bleiben kann wenn er sowieso gesund ist aber das ist wirklich ganz smart wie man heute sagt einfach klug wenn man sich mit dem beschäftigt und mit den atemübungen einfach hier immer wieder die lebendige kraft in bewegung bringt mehr in eine stärkere bewegung als normal und da kann ich immer wieder diese bessere situation diese besseren voraussetzungen erreichen dass ich gesund wäre dass meine gesundheit gestärkt wird oder dass befindlichkeitsstörungen die ich schon habe einfach weg gehen oder auch eine kranke die schon da ist dass vielleicht eine therapie die ich schon mache oder die läuft dadurch unterstützt wird dass die schneller geht oder erfolgreicher geht denn der körper will ja gesund sein es ist ganz wichtig der körper macht es ja nicht zum spaß dass er krank wird oder dass er abweichende funktion bekommt der hat in sich etwas der will immer gesund sein es ist manchmal so dass er das komischerweise quasi vergisst und wenn man ihn dann daran erinnert mit diesem verstärkten bewegung oder mit einer ganzheitlichen therapie mit einer guten entspannungstherapie mit homöopathischen arzneien mit naturpflanzenextracken oder anderen ganzheitlichen therapien kraniosakrale etc gibt es ganz tolle sachen dann kann man das so machen speziell homöopathie kann das sehr gut dass sie den körper daran erinnert du du hast dir das früher mal anders gemacht wieso machst du es jetzt so so schlecht sozusagen der körper sagte na ok super dass du mich daran erinnerst dich ich werde mich da wieder mehr bemühen in der richtung und er wird dann aktiv er arbeitet aktiv in seiner heilung eine andere heilung gibt es nicht es ist genauso wenn ich zum beispiel ein chirurg jetzt irgendwas aufschneidet und dann wieder zusammen näht dann muss er sich auch darauf verlassen können dass die wunde zusammen heilt wenn die wunden die wunde nicht heilt dann funktioniert das genauso wenig also diese heilung brauche ich sowieso immer wenn irgendwas wieder besser werden soll oder in dem fall wenn wir jetzt beim bewegungsapparat sind und ich habe vielleicht schmerzen im bewegungsapparat ich habe steifigkeit oder habe verspannungen oder irgendwelche krankheiten die schon ein bewegungsapparat sich manifestiert haben dann ist es das aller aller wichtigste dass ich wieder diese bewegung verstärke ja und grundsätzlich zum bewegen wenn wir jetzt auf dieser sportlichen organischen sportlichen ebene bleiben da ist es wichtig dass man eben weiß es gibt zwei bewegungstypen grundsätzlich es gibt da mit dem entspannen den relaxten typ der halt einfach auch sich wohlfühlt wenn er mal nichts macht wenn er auf der couch liegt und der natürlich riesen probleme damit hat dass der zum beispiel regelmäßig sport ausüben soll ja für den ist das anstrengend der muss ich jedes mal stark überwinden und es wird wahrscheinlich so sein dass er das auf dauer nicht macht das bedeutet aber überhaupt nicht dass der deswegen immer krank bleiben muss natürlich musste auch in bewegung gehen aber das soll es einfach auf eine andere art machen ja auf eine ruhigere langsamere art und der der anstrengungstyp das ist einfach der der einen drang hat zur bewegung das heißt das ist so der der braucht die bewegung der wenn sich der nicht stark bewegt und und auch anstrengend bewegt dann ist der unzufrieden unrund der braucht das einfach das heißt wenn sich der anstrengt dann werden da auch gewisse lusthormone ausgeschüttet speziell auch endorphine und die geben den menschen dann so ein zufriedenheitsgefühl ja zumindest kurzfristig ist es immer so speziell bei leistungssportlern oder höhenbergsteigern das ist eben so dass die das sehr extrem ausüben dann viel lusthormone ausschütten und dadurch natürlich auch eine gewisse sucht nach diesen tätigkeiten entwickeln ja also an anstrengungstypen braucht man nicht sagen mach mehr sport der macht sowieso ja aber es ist eben so dass der anstrengungstyp oft so in der heutigen zeit wo es so intensiv und ständig immer aufgefordert wird ja bewegt ich mache mehr macht sport und so weiter dass der dem dem relaxten typ manchmal bisschen auch am geist geht damit er sagt jetzt liegt schon wieder herum und kommen wir mal mit dann mach mit das heißt es kann auch in beziehungen oder in sozialen systemen auch zu spannungen führen natürlich ich mache da immer so einfache beispiele wenn ein paar zum beispiel mit eine beziehung unterschiedliche bewegungstypen sind und die gehen zum beispiel gerne am berg ja sage ich ja okay der bewegungstyp der können von oben bis oben rauf laufen der relaxte typ fährt einmal mit der seilbahn vor wartet oben auf der zwischenstation kann schon gemütlich sein kaffee oder sein bier trinken und wartet jetzt mal eine stunde bis der andere da ist da ist er schon einmal super ausgebaut ja dann können die um vielleicht mit weniger steigern mal richtig gemütlich auch spazieren gehen und dann gemeinsam wieder runterfahren funktioniert wunderbar aber wenn der anstrengungstyp natürlich den anderen immer sagt aber das kann doch nicht sein und das musst du schaffen streng dich an dann ist es kann das für den anderen wirklich riesen problem werden das heißt der relax typ für den bietet sich an natürlich einfache entspannungsübungen yoga pilates unsere übungen auf youtube sind auch relativ einfache übungen die wenig anstrengend sind und also dass man einfach sich versucht was vielleicht langsamer ist was und wunderbare übung für die relax typen ist einfach gehen und das muss gar nicht so schnell sein ist kein ganz normales gehen sein also dass man sich da andere sachen sucht und und mit dieser bewegung kann der genauso gesund bleiben das ist wichtiger der muss nicht unbedingt immer genau dieselbe sportliche betätigung machen wie der andere um gesund zu bleiben das ist dann so dieser fast moralische druck von der anderen seite wenn du das nicht machst wirst krank also das muss nach meiner erfahrung überhaupt nicht sein also da gibt es natürlich alle mischtypen dazwischen aber einfach dass man sagt durch ich bin genetisch ein relax typ und und dazu stehe ich einfach und ich finde meine art heraus wie ich zu einer guten bewegung komme und die organsprache ist immer wichtig bei uns dass wir schauen wenn befindlichkeitsstörungen sind was da im bewegungsapparat muskelgelenke alles sein kann das lästigste ist natürlich die steifigkeit schmerzen wenn auch entzündungen da sind verspannungen die immer wehtun die beweglichkeit ist nicht so da dann sind im wesentlichen drei organsysteme dafür verantwortlich organsprache nennen wir das immer dass man schon beginnt wenn ich symptome habe dass ich überlege mit welchen organsystemen hat das zu tun ja wenn ich jetzt zum beispiel an 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 schmerz und schmerz in einem gelenk habe oder der kommt immer wieder oder ich habe verandernde schmerzen ja dann ist es wahrscheinlich so wenn ich dann untersuchung mache blutuntersuchung wird da nichts rauskommen ich sehe da nicht einmal meistens entzündungswerte selbst schwere rheumatiker haben nicht alle erhöhte werte im blut ja aber ganz klar ist dass ich da eine entzündung habe auch wenn ich das nicht sehe und dann muss ich weiter denken okay ich mir wurde gesagt ich habe keine entzündung aber ein schmerz ohne entzündung in einem ein schmerz im gelenk ohne entzündung sozusagen das gibt es eigentlich gar nicht ja weil eine arthrose das ist eine abnutzung eine arthritis wäre die entzündung eine arthrose die abnutzung selber wenn sie nicht entzündet ist spürt man die gar nicht ich spüre nur die aktivierte arthrose und da ist zur abnutzung schon eine entzündung dazu gekommen ja und wenn ich dann die blutuntersuche mache und ich sehe da oder mir wird gesagt du hast keine entzündung dann stimmt es in dem fall nicht dann ist es einfach eine energetische abweichung vom immunsystem denn jede entzündung hängt mit dem immunsystem zusammen dann weiß ich zumindest okay mein immunsystem muss aber überreaktiv sein das heißt ich habe momentan ein überreiztes immunsystem und was kann ich denn da machen da kann ich mir schon die ersten schritte überlegen das was am naheliegendsten ist ist sind sowieso pflanzenextrakte also die sekundären pflanzenstoffe die in den pflanzen drinnen sind das sind die am besten passenden verbindungen das sind ja hochkomplexe molekülverbindungen die da speziell auf diese organfunktionen einwirken die wirken direkter noch ein als zb vitaminen spuren elementen natürlich auch wichtig sind wenn er im mangel da ist aber die sekundären pflanzenstoffe sind da wirklich ganz super da kann ich mich schon schlau machen ja was kann man denn für pflanzen das immunsystem einnehmen das kann ich dann mal ausprobieren ja die zwei anderen organsysteme die da maßgeblich sind sind einmal lunge dickdarm lunge ganz klar atem sauerstoffaufnahme die brauche ich für die muskeln die brauche ich für den kreislauf und kreislauf herz ist einfach der verteiler der den sauerstoff aus der lunge verteilt der die nährstoffe für die zellen verteilt dass meine muskeln gut funktionieren können damit die ernährt werden da brauche ich einfach im wesentlichen diese drei organ systeme dass die möglichst in der goldene mitte sind ja und wenn ich die versuche in die goldene mitte zu bringen habe ich organisch die perfekte unterstützung dass mein bewegungsapparat besser wird da muss ich aktiv noch die bewegung dazu machen die übungen die zu mir passen wenn ich der anstrengungstyp ist dann mache ich eben den sport und dann auch die passenden atemübungen und auch beim essen ein paar tipps beachten das schauen wir uns am schluss noch an ist ganz einfach jetzt ein beispiel von unserer webseite wo du unter organe lesen mal schauen kannst für welche organsysteme würde denn welcher pflanzenextrakt passen wir stehen ja hier in unserem haus selber auf einfachste rein manuelle art pflanzenextrakte her und können so eine sehr hohe qualität erreichen da ich ja auch klassischer homöopath bin es ist mir auch wichtig dass wir in diese pflanzenextrakte auch eine feinstoffliche wirkung reinbringen das kann man so weitesten sinne auch mit homöopathie vergleichen und der sinn davon ist der dass wenn ich den extrakt einnehmen dass dieses betreffende organsystem dann aktiviert wird das bedeutet dass solange der extrakt da ist wirkt er ja sowieso da gibt es ja auch viele studien über die pflanzenextrakte die haben einfach spezielle wirkungen ja zum beispiel auf gewisse kranken auf symptome oder eben auch auf organfunktion und das heißt aber wenn der wieder weg ist der extrakt ist diese wirkung aber dann auch wieder weg ja und diese aktivierungsfunktion soll er bewirken dass das organ so wie man am anfang gesagt haben erinnert wird dran sagt du lieber du musst ein bisschen wenig du sollst ein bisschen mehr machen ich helfe dir jetzt einmal dabei aber wenn ich dann wieder weg bin denn er wird mich wahrscheinlich nicht das ganze leben einnehmen dann sollst du selber ein bisschen mehr machen diese aufforderung an die leber sie soll selber dann nachher aktiv mehr machen genau das ist dieser wichtige punkt dass sie selber in die aktivität kommt die richtig ist und das ist immer ein wichtiges ziel von meiner arbeit dass menschen auch von präparaten oder produkten auch wieder mal unabhängig werden das heißt ich habe so nicht die philosophie dass man extrakte produkte egal immer einnehmen muss sondern dass man die immer kurweise einnehmen normaler zeit lang dann immer wieder schauen was hat mein körper jetzt gelernt wie geht es ihm denn wenn das wieder weg ist ich habe vielleicht mehr atemübungen gemacht ich bewege mich besser ich habe beim essen aber sachen geändert sind wesentliche einflüsse oder ich habe vielleicht auch konflikte bearbeitet in meinem leben dann kann ich kann das leicht sein dass mit dieser unterstützung kurzfristig plötzlich meine organe wieder besser arbeiten und ich den verbesserten zustand selber halten kann das heißt ich habe dann einen gesundheitszustand erreicht der von selbst bleibt und das ist immer wichtig auch was kann denn der körper lernen ja also der extrakt zum beispiel das stoffwechsel sagt das zu leber die leber sagt dann ja okay würde ich gerne machen aber der trinkt zu viel alkohol das ist eben dann unser part dass wir sagen okay wir müssen auch vom lifestyle ein bisschen mithelfen was ja nicht bedeuten soll dass wir auf alle genüsse verzichten sollen das zeigen auch schon wieder viele neue studien dass menschen die eben bei diäten auf zu viele sachen verzichten also zu wenig lust erlebnisse haben dass die meistens ganz krass scheitern mit den ganzen mit diesen ganzen diäten also immer diese lust erlebnisse dabei aber trotzdem dann schrittweise lifestyle verbessern organschonend essen und dann kann das super klappen und da sieht man dann welche extrakte passen auf welche organsysteme wenn man sich jetzt das zweite anschauen kreislauf herz ja logisch ich brauchte eine pumpe ich brauchte gefäße die alles das blut zu den zu der muskulatur hinbringen und auch den sauerstoff ausreichend bereitstellen die nährstoffe die sekundären pflanzen stoffe und die energieträger kohlenhydrat teilweise fett also dass alles dazu zähle hin kommt und die gut versorgt werden ist ja ganz logisch möchte jetzt mal schon einen extrakt euch zeigen das ist der ausgleicher der apozynum drinnen hat und kiefernrinde kiefernrinde ist ja sozusagen das idee der nordamerikanischen indianer die damit fast alles behandelt haben mit rinden absurde und deswegen wurde das dann von europäischen forschern genauer angeschaut speziell professor mascalier aus frankreich und diese rindenextrakte sind wirklich eine tolle sache und damit kann ich einfach das kreislaufsystem verbessern und kann auch die durchblutung in der muskulatur in den gelenken im bewegungsapparat erhöhen dass das angebot an die zellen besser wird ja ich zeige euch auch von unserer methode organe lesen im gesicht ein zeichen das schon einmal auf auf kreislauf störung zu wenig oder zu viel hinweisen kann das wäre so im wangen bereich hier so zarte rötungen die manchmal sehr stärker auch ausfallen können wo man manchmal sieht dass hier kreislauf oder herz ein bisschen belastet ist das wäre zum beispiel so ein bild von einer von einer wange wo das das ist er kein ausschlag sondern das ist tatsächlich so oft sichtbar im gesicht und das nächste organ was ihm extrem wesentlich ist ist lunge und zur lunge gehört immer auch dickdarm dazu dickdarm ist der letzte teil des darmes der auch die ganzen darmbakterien beinhaltet und die lunge und dickdarm ist wichtig weil die lunge natürlich sauerstoff aufnimmt den gas austausch gewährleistet und durch diese kombination von von lungenstärkung und kreislaufstärkung kann ich natürlich hier im muskel eine optimale situation erzeugen und so auch die bewegungen erleichtern ja also die lunge ist natürlich ein basis organ für die aufnahme der lebendigen kraft und der ganzen atemübungen vom frei atmen ja und das zweite wäre der windwehr der arbeitet eben so dass sauerstoff vermehrt aufgenommen wird dass das speziell auch mit hilfe vom ausgleicher super zu den zu den muskelzellen hin transportiert wird moduliert auch die darmbakterien und diese beiden diese kombi ist ideal zum beispiel für sportler auch für hobby sportler die oft sehr anstrengende wettbewerbe auch haben und vielleicht nicht den guten trainingszustand haben und dann eben oft auch krämpfe haben oder auch muskelkater nach sportlichen tätigkeiten sehr stark deswegen die kombi ideal das wäre sozusagen die diese leistungskombi schauen wir uns dann noch an gesichtszeichen für für lungenfunktion werden auch diese dunklen verfärbungen unterm auge also die fächerförmigen das kann so dunkel sein das kann auch rötlich sein wenn die auftreten dann ist das schon auch ein hinweis auf die lungenfunktion oder auf darm oder auf lymphe aber das sieht man dann schon sehr deutlich dass die lunge über oder oder unter energetisch ist es wäre zum beispiel auch so ein ein foto vom auge wo man sieht das ist darunter ganz klar dunkler die dunkle verfärbung hat sich sogar übers ganze augenlicht schon das ganze auch schon ausgebreitet sieht man ihn immer wieder mal auch bei asthmatikern bedeutet nicht dass das alle asthmatiker haben aber es ist oft auch dabei dieses zeichen dann ist ein ganz wichtiges zeichen noch die dunkle verfärbung hier an der nasenwurzel da kann man dann wenn sie euch dann selber spiegel schaut sieht man da manchmal so ein bisschen dunkle verfärbung die kann so eckig sein die sind kann länglich sein kann streifenförmig sein und wenn die bilden dunkel verfärbt das ist ein bisschen grau ist oder dann kann das zeichen sein auf eisenstoffwechsel immunsystem entzündung und eben auch wieder lungenfunktion ja also das wäre zum beispiel so ein ganz starkes zeichen an der an der an der nasenwurzel sozusagen das ist auch eine dame mit sehr starken räumen also mit einer starken entzündung und das organe lesen das könnte auch selber mal probieren auf der webseite unter organe lesen kann man auch einen selbst machen nur einfach mal umzuschauen welche zeichen gibt es denn da und vor allem sich selber im spiegel mal zu betrachten mit anderen augen und sich wirklich einmal neu zu sehen mal genauer zu schauen was sieht man denn da alles das ist einfach auch für die achtsamkeit ganz spannend ja was wir jetzt machen können sind wie schon gesagt ganz einfache methode sind einfach pflanzenextrakte ja also pflanzenextrakte die haben den vorteil sie haben sekundäre pflanzenstoffe drinnen und die sekundären pflanzenstoffe die sind seit urzeiten an den körper und an die organe angepasst speziell auch in der gegend wo wir leben dass hier auch viele pflanzen sind die gut zu uns passen können aber durchaus auch pflanzen sein die von weiter weg kommen frei atemübungen sind ganz wichtig um mehr bewegung zu erzeugen um lästig symptome im bewegungsapparat zu verbessern kann wir können wir auch aus erfahrung sagen dass zum beispiel auch chronische schmerzpatienten die wirklich sehr starke chronische schmerzen haben wenn die gewisse zeit lang diese vertiefte form von frei atmen machen also diese einzelsitzungen wo man in einzelarbeit wirklich mit denen tiefer reingeht im verstärktes atmen dass sich das hier in verbindung mit pflanzenextrakten super bewährt hat und dann auch hilft dass man dann schrittweise auch medikamente reduzieren kann natürlich und das essen bewegungstyp beachten bei der bewegung ganz klar man schon gesagt und das essen ist auch wichtig schauen wir uns noch an ja diese leistungskur ganz klar wenn ich ihm dieses kreislauf extrakt diesen lungenextrakt miteinander kombiniere und mit dem so 30 tage kur mache zum beispiel dann merkt man das einfach in der leistungsfähigkeit das merkt man beim sport das merkt man beim wohlbefinden einfach dass das hier vitaler abläuft weil der muskulatur besser versorgt wird jetzt ein foto von mir das ist im müllviertel ein sehr sehr schönes landabschnitt hier nördlich von linzer wo auch ganz tolle sammelgebiete sind das ist hier zum beispiel wildes johanniskraut und immer wieder auch wild sammlungen zu verwenden oder mit zu verarbeiten das ist für die wirkung der extrakte sehr sehr gut ja also diese drei organsysteme sozusagen werden hier wichtig dass die unterstützt werden zum immunsystem ist zu sagen wenn das immunsystem eine rolle spielt im bewegungsapparat gelenke muskulatur bindegewebe dann ist und ich habe hier symptome dann ist es immer eine entzündung das heißt immunsystem kann entzündung machen da haben wir einen eigenen online vortrag der absolut tiefer eintaucht in die ursachen über die entstehung der entzündung und das geht immer letztendlich zurück auf den darm und zwar sehr stark auch auf den enddarm also auf das mikrobiom vorher geht es aber auch am dünndarm noch vorher lieber bauchspeicheldrüse dann natürlich auch die art der nahrung die der mensch zu sich nimmt und dann entsteht weiter unten im darm einfach eine entzündliche reaktion in der darmschleimhaut das affiziert dann auch die darmbakterien mit die dann ganz am schluss sind den letzten beißen die hunde und wenn die ständig sachen verdauen müssen die sie eigentlich für diese nicht gemacht sind dann entstehen daraus entzündungen irgendwo anders im körper das heißt autoimmunkrankheiten die jetzt explosiv auf mehr werden die haben alle einmal dort begonnen und die bewegungskur würde hier auch gut unterstützen wenn hier wenn die symptome so in diese richtung gehen dass die beweglichkeit besser wird dass sich gelenke beruhigen würde man dann zum lungenextrakt zum windwehr dazugeben der jungmacher jungmacher hat im wasser lernisches propolis drinnen und auch ein rindenextrakt und diese kombination von sekundären pflanzenstoffen ist er wirklich super unterstützend dass ich wieder besser in die beweglichkeit kommen wenn das immunsystem hier überreizt ist wenn die sim ort die symptome der orte eher begrenzt sind wenn das nicht sehr viele gelenke sehr viele sozusagen muskelpartien sind dann kann ich auch von außen einen super spray anwenden das ist der durchdringer spray der arbeitet mit fulvinsäuren fulvinsäuren ist der haupt aktivste stoff aus dem mohr zum beispiel und der in verbindung mit ein weil mit wild gesammeltem beinwell in form einer einreibung das ist es super kombi um auch von außen diese beanspruchten zonen zu entspannen besser zu durch blut zu durch zu durch bluten das tut extrem gut wenn ich das in kombination zum beispiel mit der mit der anderen mit der kur von innen heraus kombiniere ein monat lang dass ich hier eine super erleichterung erreichen kann ja von den frei atem übungen würde ich einmal wir haben natürlich da viele verschiedene drinnen aber das qualen atmen das ist so eine basis übung wo du einmal lernst wie geht denn das dass sich eine in eine maximale atmung kommen denn wir atmen natürlich flach es ist unüblich dass der mensch stärker atmet als normal eigentlich nur wenn er sport betreibt oder wenn er sich anstrengt dann kommen wir in eine tiefere atmung aber diese atmung wird dann natürlich verbraucht weil wir in einer stärkeren bewegung sind also wenn man mit seinem partner oder mit seiner partnerin auch eine gute erotische beziehung hat dann gibt es dann natürlich auch einen schnelleren und verstärkten atem und das ist schön wenn das so ist aber der wird natürlich durch die bewegung auch verbraucht stärker zu atmen ohne dass der verbraucht wird also wenn ich mich nicht so stark bewege oder sogar liege stehe oder sitze dann hat diese stärkere atmung immer zur folge dass ich vermehrt lebendige kraft aufnehme und dass die ladung im körper erhöht wird ja die ladung wenn sich die dann entladet dann ist das dieser extrem wichtige wichtige fruchtbare vorgang der den körper in eine tiefere entspannung bringt so ganz viel heilkraft entfaltet und das qualenatmen ist dazu da dass man mal in diese vollständige atmung kommt ohne dass man nach dem ausatmen eine pause macht denn beim normalen atmen machen wir immer am ende vom ausatmen eine physiologische pause das ist ja auch ok und richtig so aber diese pause lässt man aktiv weg und geht wirklich dann vom bauch über die flanken über die brust bis dann zu den schultern wo man dann beim ende vom einatmen sogar die arme noch ausbreitet dann werden auch die lungenspitzen noch gefüllt in der selben reihenfolge gehst du dann wieder zurück von schultern brust flanken und bauch rein drücken und das geht dann immer ein und aus aber es geht immer beim ein und ausatmen zum maximum ja und das ist wichtig einmal immer wieder mal das zu machen dieses durchatmen der reflex oder den instinkt den wir haben wäre das seufzen zum beispiel das ist so anstrengend alles aber es ist gut wenn man seufzt denn da wird die atmung verstärkt oder wenn man gehen zum beispiel das gehnen ist eine super alte eigenschaft von menschen die den menschen belebt die den menschen vitalisiert aber es ist ein reflex der eigentlich nicht erwünscht ist speziell wenn ich irgendein gespräch miteinander menschen habe ich beginne zu gehen dann bedeutet das für den anderen immer ich interessiere mich nicht für den muss gar nicht heißen es ist einfach ich möchte mehr atmen ich möchte mehr sauerstoff ich möchte vitaler sein ich möchte mich beleben das gehnen ist es auch ein sehr guter reflex wo der körper einfach mehr in die atmen gehen möchte das kraftwerk ist eine übung wo wir schon ein gewisses zitter phänomen auch erleben können denn das zittern kommt immer dann wenn der körper die höhere ladung die wir mit verstärkten atmen aufgebaut haben wenn er die zum entladen beginnt das zittern ist eine ganz archaische eigenschaft vom körper die auch im tierreich zu beobachten ist speziell bei wildtieren wenn die zum beispiel fluchttiere gejagt werden und die entkommen dann ist es immer so dass die noch eine zeit so durch zittern im ganzen körper säuglinge zittern und zucken auch oft manche menschen haben das auch bei der einschlafphase dass sie zuckungen bekommen und das ist ein sehr gutes zeichen dass die in eine tiefere entspannung rutschen also zuckungen und oszillationen in der muskulatur sind immer ein sehr gutes zeichen von gesundheit abgesehen davon wenn jemand natürlich jetzt krankhafte störungen vom gehirn hat wie zum beispiel epilepsie aber wenn man das einmal weg gibt dann sind alle arten von zuckungen ein reparaturvorgang wenn menschen zum beispiel jetzt einen schock erleben oder kurz nach einem unfall oder auch eine ganz schlechte nachricht dann merkt man dass die oft beginnen zu zittern ja und da versuchen wir immer dass das zittern weniger wird dass die aufhören zu zittern das ist genau verkehrt die sollen mehr zittern ja und je mehr sie zittern desto schneller wird das entladen oder wenn manche menschen sitzen und die wippen dann immer mit dem bein immer auf und ab wenn du da hinschaust dann hört das sofort auf alles sagt nein macht es mehr wenn das mehr magst hast du schnelle entladung oder wenn jemand zum beispiel ein tick hat und es geht ihm das aug zu oder es zuckt irgendwas dann versucht man natürlich dass das eben nicht auftritt wenn ich jetzt zum beispiel irgendein wichtiges gespräch habe ganz klar und sage du musst es vorher ganz übertrieben stark machen gehst du mal von mir auf die toilette und machst das ganz stark mehr geht überhaupt nicht richtig verkrampfen möglichst lange dann hast du viel entladung dann ist ihm die chance höher dass das mal erzählt jetzt nicht auftritt also entladungen und das haben zum beispiel auch viele angst menschen oder menschen mit panik störungen dass die immer sehr rasch in irgendein zittern kommen und die haben totale angst vor dem zittern die denken sich ich bin nicht normal oder jetzt werde ich wahrscheinlich verrückt oder es ist alles so geht alles im bach runter sozusagen und es ist genau das gegenteil der fall der körper ist so sensibel und so gesund dass er von selbst spannungen entladen möchte und das ist eben wichtig wenn man die übung das kraftwerk macht dann kann man auf einfache weise schon ein bisschen spüren wie ist das denn wenn mein körper von selbst zittert ja und dass man das dann einfach mal wahrnimmt dass man das kennen lernt aber dieses zitterphänomen aber das tun wir eben bei einzelarbeit oder bei gruppen immer bewusst provozieren dass das zittern kommt weil es dem menschen nachher so extrem gut geht weil das gefühl und der zustand den man danach hat der ist also wirklich wörtlich himmlisch was man auch von dem menschen hört so gut ist es mir seit der kindheit nicht mehr gegangen oder ich fühle mich wie im himmel ja und eine tolle sache genau die lebendige kraft kann sich mehr bewegen damit frei hat man nach innen wäre ganz wichtige übung auch dass wir eben auf eine extrem ruhige art also man kann das sogar als eine art meditation bezeichnen wo der atem ganz normal fließt diese feine bewegung vom atem erlernen und beobachten und spüren erlernen wie sich der bewegt damit die aufmerksamkeit bleibt tut man gleichzeitig beim einatmen und beim ausatmen bei beiden vorgängen dazu etwas denken immer dasselbe dazu denken jetzt ist der geist sozusagen beschäftigt ich muss nicht so viel über irgendwelche sachen nachdenken und ich kann dadurch in der entspannung sehr ganz tief runter gehen und die tiefe ich in die entspannung gehe und der atem frei fließen kann desto schneller laden meine akkus auf also wenn man sich vorstelle ich habe da ganz tief eine seelische ebene in mir können wir uns mal bildlich so vorstellen da oben ist jetzt die normale bewusstheit das sind die gehirnwellen schnell wenn die gehirnwellen immer langsamer werden zuerst kommen sie in alpha zustand das ist die hypnose zustand beim fernsehen beim surfen im internet zum beispiel und dann immer weiter runter da kommen die meditativen zustände menschen die das oft machen die können das in sekunden sofort erreichen ganz unten sind die theta wellen vom gehirn und da ist auch der gesamte stoffwechsel auf minimum runter gefahren auf weniger als im tiefschlaf ja und hier in diesem zustand zu verweilen das bedeutet dass ich meine akkus dass die lebendige kraft direkt in die akkus überspringen und ich kann meine nervenkraft dadurch extrem schnell wieder sozusagen in turbozeit wieder auffüllen das ist eine ganz einfache übung die dauert zehn minuten wenn die ein zweimal am tag macht zum beispiel beim einschlafen kann auch super einschlafen damit und es hat viele verschiedene super gesundheitliche auswirkungen ja speziell auch für menschen die im schlafstörungen haben und die immer wenn sie aufwachen sofort irgendwie ärgerlich und verzweifelt sind jetzt wache ich schon wieder auf um gottes willen ich habe schlafstörung und dann kommt gleich die angst dazu wenn ich jetzt nicht schlafen kann dann schaffe ich das morgen alles gar nicht wenn man dann aufsteht in der früh und am tag ist es eh wieder alles ganz normal aber in der nacht wird das alles zu so einem riesen gebilde weil diese gedanken dann davon galoppieren ja und wenn man da diese übung macht kann ich wieder runterfahren atmung wird langsamer blutdruck geht zurück der stoffwechsel beruhigt sich ich komme wieder langsam in einen zustand der genauso ist wie im tiefschlaf und ich regeneriere mich gleich stark das heißt da braucht man keine angst zu haben wenn ich in der zeit auch nicht schlafe kann das sogar genießen diesen angenehmen zustand bin ich in der früh genauso ausgeschlafen und das ist immer eine ganz wichtige basisübung auch für menschen mit schlafstörungen dass sie die siegen mal ein bisschen anders sehen nicht immer so panisch darauf reagieren aber es sagt ihnen niemand was anderes okay sozusagen du musst schlafen können okay ja das ist das mit den übungen ganz einfach auf youtube reingehen dr neuburger da gibt es jetzt schon schon einige videos glaube sind schon 60 videos drinnen und da kommen immer wieder neue dazu und da sind zum beispiel diese drei übungen drin da kann man einfach dann mitmachen das wäre zum beispiel wenn man da reinsteckt dann kann man so noch auf video klicken da kommen dann alle im überblick und das wäre zum beispiel das video frei atmen das kraftwerk schaut dann so aus im kleinen bild und das wäre die quallen atmung die schaut so aus und das würde ich sind wirklich drei super übungen für bewegungsapparat und um mehr auch beweglichkeit zu erreichen wenn ich frei atmen nach innen mache komme ich in so einen tiefen entspannungszustand auch dass der bewegungsapparat am nächsten tag mit anderen gezielten übungen leichter die verspannungen lösen kann ja und blockaden der blockaden der lebendigen kraft im körper die entstehen natürlich im lauf des lebens sonst wird man ja keine symptome haben also keine schmerzen keine verspannungen keine steifigkeit und so weiter die entstehen im lauf des lebens einfach durch lebensfehler durch sehr oft unnatürliche lebensmittel entstehen entzündungen im darm die sich auf dem bewegungsapparat übertragen es können auch nebenwirkungen von medikamente sein von umweltgiften sehr wohl können aber auch konflikte und traumata psychische symptome auslösen die im endeffekt wieder in muskelverspannungen übergehen und diese muskelverspannungen machen dann weitere direkte lokale organische schäden in diesem teil vom bewegungsapparat man kann sich vorstellen wenn eine zone immer extrem verspannt ist dann sind die gelenke immer so zusammengepresst dass die sich viel schneller abnützen das heißt die arthrosen kommen schneller wenn der ganze muskuläre halteapparat das gelenk immer zusammen presst deswegen kommt man jetzt auch darauf dass dehnungsübungen so wichtig sind speziell für alte menschen ja wenn man jetzt so einmal so nachkriegsgenerationen angeschaut so alte menschen die konnten zwar auf dem sessel sitzen aber am boden konnte die einfach nicht mehr sitzen die alten menschen wenn man andere kulturen anschaut in indien oder die sitzen den ganzen tag am boden oder hocken am boden weil sie einfach keinen sessel haben aber trotzdem die haben noch diese dehnung ja und deswegen ist es wichtig speziell im lauf der elter man wird dass man immer mehr dehnungsübungen macht ganz einfache nicht übertreiben aber immer bei jedem bewegungsablauf dehnungsübungen dazu machen dann kommt das gar nicht so weit konflikte traumata also wichtig ist dass wir immer wissen für moderne menschen sind blockaden normal ja wir müssen da in irgendeinem urwald bei irgendeinem urwald volk aufwachsen wo es gar keine regeln gibt und wo wir als erwachsene auch wie kinder leben können aber das ist natürlich für uns unrealistisch der moderne mensch lebt in tausend regeln und die gesetze und regeln werden natürlich immer mehr von tag zu tag und die kompromisse in denen wir leben werden auch immer mehr deswegen sind blockaden auch normal wir müssen einfach schauen dass die blockaden dass wir immer eine gegenbewegung machen gegen aktivitäten dass die blockaden wieder aufgelöst werden denn entstehen tun die blockaden sowieso ja und wo sind die blockaden ganz klar in der muskulatur in faszien in sehnen in strukturgebenden bindegewebe sogar in knorpelknochen knochenfugen können überall sein dass sich dort weniger bewegt irgendwas wird staf steif und starr ja und zusätzlich können entzündungen dazu kommen die kommen oft rein von der verspannung aber oft auch direkt vom darm heraus und wenn eine entzündung dazu kommt dann tut es einfach weh und ein starres system kann man sich ganz klar vorstellen die lebendige kraft kann sich dort weniger bewegen wenn mein ganzer oberer nacken wie stein ist dann kann sich diese feine lebendige kraft als schlechter durchbewegen ganz klar dann ist da weniger stoffwechsel dann ist der schlechtere entgiftung dann wird hier mehr mehr stoffwechselschlagen abgelegt die stoffwechselschlagen können sich wieder entzünden dann kriege ich wieder schmerzen aber die meisten menschen sind eben so wenig achtsam oder so unbewusst dass die zum beispiel eine nackenverspannung erst dann wahrnehmen wenn die schmerzen haben da muss schon ein jahrelanger prozess vorher stattgefunden haben damit sie überhaupt zu weit kommt und deswegen ist es wichtig dass man diese achtsamkeit verbessert diese übungen macht das können natürlich auch gymnastik übungen sein das können fitness übungen sein das können das kann yoga pilates egal was sein dass man immer wieder diese übungen macht und es besser zu spüren ich sitze im computer seit drei stunden jetzt merke ich jetzt braucht es da irgendeine bewegung jetzt muss ich einmal aufmachen dann mache ich halt einfach so also spontan mache ich den brustkorb auf stehe auf macht ein paar übungen und dann arbeite ich wieder weiter ja oder ich bewege meinen hals also am besten sind da eh die atemübungen ja das sind einfach blockaden wenn blockaden da sind dann ist einfach die lust an der bewegung natürlich weniger wenn etwas stark verspannt ist habe ich keine lust ist zu bewegen meine lust hormone generell werden aber auch weniger das heißt mir geht es dann einfach schlechter schmerzen im bewegungsapparat kommen dann auch noch von der entzündung wie wir gesagt haben und durch die verspannung sind die abnützungen kommen die rascher die gelenksabnützungen die arthrosen die kommen schneller wenn verspannungen da sind ja also man übt jetzt speziell mit atmen mit alten menschen schon dass die einfach einen normalen fersensitz wieder erlernen und man kann diese dehnung auch im alter schrittweise so verbessern dass das wieder möglich ist damit das knie mehr raum hat dann hilft extrem gut dazu dass die arthrose dann einmal stehen bleibt dass die nicht noch schlechter und noch schlechter wird ja und klar ist wenn die störungen da sind dann wird dieses strömungsgefühl im körper was achtsame menschen gut spüren können dieses fühle mich gut ja dieser flow wird wird weniger und die lebensfreude geht weg und das führt dann zu diesem allgemeinen zustand in dem menschen sind wenn die zum beispiel jetzt auf einer matte liegen ich mache zum beispiel mit ihm jetzt die fatten ja und ich frage zu am anfang bevor der noch tiefer atmet was spüren sie im körper dann sagen die nix ja also der normale grundzustand für den erwachsenen menschen ist abwesenheit von krankheit abwesenheit von schmerz aber das ist eigentlich nichts ja und es ist zwar gut wenn er keinen schmerz und keine krankheit hat aber es ist für das leben an sich viel zu wenig dass der mensch nicht spürt wenn er in seinen körper ein spürt also diese bewusstheit diese spüren sollte mehr werden und wichtig ist dass du auch auf die suche gehst noch diesen spüren dass du dich nicht damit zufrieden gibst dass du jetzt gott sei dank keine schmerzen hast sondern da gibt es noch mehr also und auch dieses spüren denkt immer an den säugling wie sich der immer bewegt und ständig korrigiert sogar im schlaf immer wieder schaut dass strömung entsteht die er natürlich klar wahrnimmt und wenn das säugling diese strömung nicht wahrnimmt dann wird er sofort extrem ärgerlich und fängt dann zu schreien an und zu toben und zu schimpfen bis das dann wieder funktioniert ja genau diese übungen vom freiatmen dr neuberger von youtube das sind sehr einfach das sind so teaser übungen für tiefere erfahrungen aber einfach dass man durch diese übungen schon eine gute bewegungsaktivierung der lebendigen kraft erreicht mit allen diesen vorteilen und aus alle diesen die wir schon besprochen haben auch eine entzündungshemmung kann man dadurch erreichen das gefühl ist ist gut ich fühle mich lebendiger und die heilung von krankheiten wird unterstützt zum beispiel wenn jetzt schwerere krankheiten vorliegen bei menschen da machen wir das ich und mein team machen wir das verstärkte vertiefte atmen immer dazu ja und das hat sich einfach gezeigt dass das dann das andere therapie maßnahmen die laufen dass die besser greifen dass das besser funktioniert beweglichkeit wo sollte die beweglichkeit seiner am anfang schon gesagt nicht nur in der struktur aber natürlich auch in der struktur körper bewegungsapparat aber auch in den gefühlen wie es meine beweglichkeit in meinem gefühl was mache ich wenn ich mich ärgere ja wir haben selten die möglichkeit dass wir im arbeitskontext auch im privaten kontext oder im familienkontext sofort gefühle zum ausdruck bringen meistens ist es so dass wir die gefühle mal gleich weg tun und und das sagt man ja jetzt einmal nicht so emotional kommen wir runter dass man normal reden können aber die emotionen sind einfach da und dann kann man das nachher machen wenn ich dann nachher noch einmal rein spürte ärger ist er weiterhin da gesteckt er in dem bewegungsapparat und im körper dann mache ich die ausdrucksübungen ist pa oder die bombe oder einfach stimme übungen ich kann auch fantastisch dokumentieren fantastisches dokumentieren ist einfach ich bin mein eigener journalist ich spreche über mich selber am besten du schaust dich ins spiegel und nimmst eine fantasiesprache die jeder von uns aus dem bw alter hat jeder mensch hat die die klingt natürlich bei jedem menschen ganz anders aber sucht diese sprache diese übung ist auch auf youtube stellst dich vor einen spiegel und du dokumentierst jetzt zum beispiel dieses für dich unbefriedigende gespräch du hast dich geärgert du hast dich wieder unterdrückt gefühlt du hast keine gehaltserhöhung erreicht und so weiter und so weiter die schickern erforschen oder zum politischen fahrer sind wir von singen aber die sie geste mal erforschen ist in der ball ist sie waren sie genommen war aber ihr merkt es war fantastisch reden kommen sofort gefühle zum ausdruck ich brauche keine hässlichen wörter verwenden und ich kann das so lange machen oder auch das paar dass ich diesen ärger zum ausdruck bringe das ist das zauberwort der ausdruck ist in der natur überall da also wenn zum beispiel ein gewitter kommt dann drückt sich da ordentlich was aus dass der elektrizität in der in den wolken ist das kommt darunter und das knallt extrem laut niemand würde auf die idee kommen dass er sagte der donner des zu laut den sollten wir eigentlich verbieten weil der ist so laut das ist einfach so diese entladung und die sind der natur überall dies bei den tieren bei den wildtieren nur der moderne mensch hat das in seiner kultur so aufgebaut dass wir ganz normal gefühle ständig tonnenweise unterdrücken ja kann sie nachher machen ich habe natürlich nicht in meinem arbeitskontext kann ich das auch nicht immer machen sonst würde wahrscheinlich gar keine patienten mehr kommen aber trotzdem mein körper hat ja diese moral nicht das ist immer wichtig für euch zu verstehen der körper diese wie ein altes tier der sache ist der spürt nur ich habe gefühl ich will dieses gefühl in bewegung bringen wenn es nicht in bewegung kommt dann habe ich irgendwann psychosomatisches oder später organisches symptom und das ist ein gesetz ja ich kann sie alleine für mich machen supergut kann man es im auto machen da belästigt man niemand mit der lautstärke und einfach dass ich versuche mal das zu dokumentieren und ich werde überrascht sein obwohl der konflikt nicht gelöst ist und man kann nicht alle konflikte gleich lösen und ich mache das eine gewisse zeit lang dann spürst du es geht mir besser es ist zwar immer noch nicht gelöst aber momentan geht es mir jetzt besser das heißt mein körper hat sich jetzt davon befreit und meinem körper ist es vollkommen egal ob der konflikt gelöst ist oder nicht dann ist es wurscht der möchte nur dass das wieder in bewegung kommt und dann geht es dir besser und dann kannst du den nächsten schritt machen und dann kannst du anfangen zu überlegen ja strategie ausarbeiten wie kann ich das problem verbessern aber wie kommst du dazu dass das gefühl in dir steckt und dich krank macht mit anderen menschen das vielleicht in zehn sekunden vergessen hat also das muss man einfach ganz klar sich überlegen dass das ein wirklich realer schaden für deinen körper ist und du hast nur einen körper ja okay also gefühle mentalapparat ist dasselbe die gedanken die uns den ganzen tag wählen die ängste die pessimistischen gedanken die zukunftsängste zeit die in der heutigen zeit natürlich sehr sehr stark sind natürlich auch berechtigter weise aber trotzdem meinem körper dir ist das egal er hat diese moral nicht ja und dein gehirn hat die moral auch nicht zumindest der gedankenapparat denn ob du jetzt den negativen gedanken hast oder an angst oder verzweiflung verzweiflung gedanken das ist einem gehirn wurscht ja es wird durch den neuroplastizität genau dieser gedankengang wird immer stärker da wird ausgebaut werden nervenzellen angebaut da wird eine autobahn gebaut und dann spontan denkst du das immer öfter das gehirn sagt nicht also blöd wenn du da immer so diese negativen gedanken hast das macht einfach das was du denkst und wenn du die anderen gedanken denkst dann wird da die autobahn gebaut und das ist auch ein gesetz aber funktionieren das natürlich nur wenn das körper tier in bewegung kommt denn dann kommen die positiven gedanken sowieso von selber dann kannst du auch glücklich und positiv sein selbst wenn so schlimme sachen in der welt passieren das heißt ja nicht dass du da nicht vielleicht helfen willst oder aktiv deinen teil dazu beitragen möchtest dass da was besser wird aber nur mit den negativen gedanken allein machst du ja dort auch nichts besser ja das ist mal ganz wichtig zu wissen und die seele das ist die tiefste ebene die ist dann glücklich wenn sich deine lebendige kraft gut bewegen kann und so gehst du in kontakt mit der naturkraft außen du erlebst die natur intensiver wenn die seele in bewegung ist dann kannst du zum beispiel die selben bäume oder pflanzen plötzlich ganz anders erleben wie wenn es dir schlecht geht du nimmst einfach andere sachen energetisch wahr und wie jede lustvolle bewegung ist das voraussetzung vielleicht zum zitter phänomen auch noch das video warum die gazelle zittert da erkläre ich ganz kurz auch das zitter phänomen noch einmal dass man das besser versteht dass das zittern ganz wichtige empfindung ist die man auch möchte ich fast sagen erlernen soll weil das ganze alte eigenschaft ist noch mal zu erinnern die leistungskur wäre praktisch das kreislauf und das lungermittel in kombination die bewegungskur leichter bewegung ist das immunsystemmittel und das lungermittel jung mach und windwehr in kombination und von außen eben der sportler und der durchdringer bessere durchblutung entspanntes gewebe kurzer tipp noch vom essen ganz einfach nicht kompliziert weiß man natürlich rotes fleisch reduzieren das heißt ja gar nicht dass du kein fleisch mehr essen sollst und wenn da hin und wieder typische schweinsbraten bei der oma ist in österreich natürlich immer noch gang und gäbe ist dann geht die welt auch nicht unter aber so im tagesbetrieb mal rotes fleisch wirklich deutlich reduzieren und wichtig was viele nicht wissen wenn du entzündungsschmerzen hast ja speziell entzündliche schmerzen obst säuren also frisches obst eher reduzieren oder im erhitzen dünsten und kochen frisches kannst du dir von salat holen natürlich auch von gemüse aber generell rohes reduzieren auch die säfte vom obst und auch smoothies die viel obst enthalten reduzieren und vom alkohol ganz wichtig die alkoholiker die vom obst hergestellt sind auch reduzieren das wäre mal im schnaps mal der obstler das wäre natürlich der wein sektum most hier würde da weniger machen oder zum beispiel auch spirituosen die nicht vom obst hergestellt sind würde sich anbieten whisky gin vodka etc also mache keine werbung für alkoholindustrie aber alkohol ist natürlich etwas was viele menschen immer wieder mal auch genießen dürfen im bescheiden maße und das soll man an das denken es ist ganz wichtig dass ihm dass diese alkoholiker diese entzündung besonders schlecht beeinflussen und dass das räumen zum beispiel dadurch schlechter wird dann omega 3 fettsäuren das wisst ihr ja sowieso schon alle dass sich die auch gut auswirken kann ich super auch mit leinöl olivenöl algenöl aufnehmen alkohol hat sehr viel nach meiner meinung nach würde das auch ausreichen ja wenn man zum beispiel auch gewissen anteil fisch etc dazu ist dann ist das unterstützend wer auf nummer sicher gehen will oder serf der kann natürlich auch ein omega 3 haltiges präparat oder ein produkt einnehmen würde das auch aber immer kurmäßig machen vielleicht nicht dauernd einnehmen ich glaube eher so die philosophie ich schaue dass ich es übers essen bekomme oder eben über pflanzenextrakte die für den körper ja auch nahrung sind nicht ein extra präparat und wenn jetzt entzündungen da sind wo man schon weiß ich das geht in richtung räume das geht in richtung myalgie richtung fibromyalgie ich habe irgendwelche solche oder polyarthritis oder sowas wo man weiß da ist eine entzündung da dann soll man zusätzlich auch die haupt allergene reduzieren die auch für allergiker wichtig ist wo finde ich die da geht sie einfach auf die webseite muss man sich ein login holen und dann kommt man dazu den ressourcen am linken rand unter ressourcen gibt es dann an anbarten mit mit diät empfehlungen und da würde man zum beispiel allergie erwachsene auswählen und das sind die haupt allergene drinnen immer auch an die gluten denken es ist immer für den körper auch gut wenn man mal immer wieder mal eine phase hat wo man gluten einfach reduziert auch wenn nicht bekannt ist dass du gluten empfindlich bist ist es für den körper immer auch eine entlastung wenn man mal gluten reduziert warum weil wir in der modernen ernährung wenn ich auf nichts achte sehr hoher glutenanteil einfach drinnen ist ja der ja auch bei der früher in der nahrung und auch im getreide in der hohen dosierung nicht vorhanden war speziell auch der der konsum von weizen ist in den letzten jahrzehnten explodiert ich kann nur sagen ich komme vom müllviertel vom land und vor vor dem zweiten weltkrieg hat es dort überhaupt keinen weizen gegeben dass alles auf rockenbasis gemacht wurden knödel brot etc das ist erst dann später dazu gekommen weizen ist ja nicht schlechtes aber es ist die menge und auch die art von weizen die ja sehr viel gluten enthält deswegen ist es immer gut wenn man mal eine zeit lang ich sage mal ist halt einmal weniger brot und nudeln ja und dann ist das immer auch eine entlastung für körper im blick auf entzündungen aber sehr stark ja der rote fahne ist auch so ein hobby von uns von mir meinem team dass wir auch immer wenn wir mit menschen arbeiten oder die betreuen immer auch schauen dass die vielleicht auch längerfristig immer wieder fragen können oder dass man schaut bleib einmal bei einer methode wenn du zum beispiel produkte einnimmst oder eine therapie methode hast du sagst ja geht mir eigentlich gut wird schon besser dann bleib einmal dabei macht das ein bisschen länger und wechsle weniger das was du machst wir leben das moderne menschen extrem viel wechseln produktwechsel therapiewechsel das hilft in drei wochen nicht macht man schon wieder was anderes das heißt dieses therapie hopping man probiert unglaublich viele sachen aus was im endeffekt auch sehr teuer wird ja bitte mal bei einem ein bisschen länger bleiben das führt oft besser zum erfolg als zu oft zu wechseln ja bis dann die basis wäre unsere facebook gruppe würde mich freuen wenn ihr auch da dazu stoßt instagram haben wir jetzt begonnen wäre super wenn ihr auch da uns folgen würdet nächster vortrag ist dann über die leber die leber schon ein zentrales kraftwerk ist und ich glaube es ist super wenn man da viel wissen über die leber hat welche symptome hängen mit der leber zusammen das kann ich denn einfaches machen dass ich mir selber helfe die leberfunktion in die gesunde mit zu bringen wir haben zu guter letzt wenn ihr uns eine gute rezension auf google gebt werden wir auch super dankbar wenn ihr das gut gefunden habt ganz einfach google in dr neuburg und dann kann man hier eine rezension schreiben ja ich danke euch für die aufmerksamkeit ich hoffe ihr habt euch eine einige tipps mitnehmen können wenn fragen sind könnt ihr die natürlich gerne stellen facebook oder natürlich auch direkt an unsere auch e mail adresse schreiben an die office dr-neuburg.at das ist die internetadresse in diesem sinne wünsche ich euch einen bewegten abend und eine bewegte zeit